Hey, da sind wir wieder bei Hitman Absolution. Willkommen zurück und ihr wisst natürlich, nur echte Männer, schreie mir kleine Mädchen, wir verfolgen Skorki. Und er wird nicht so schlecht zu finden sein, denn er verliert ja nur Blut überall. Den sollten wir eigentlich relativ schnell gefunden haben. Ich packe hier noch... What the fuck? Überall explodiert alles Mögliche. Ich wollte hier ein bisschen aufpassen. Irgendwo sollte dieses Skorki doch sein. Ah, wir sehen den eh schon. Ah, Feuer. Nein, gut. Gut, laufen wir mal einfach weiter. Oh. Zum Typen, was außen rumlaufen. Ich habe schon gedacht, das ist hier... Ah. Das bodiert hier irgendwie alles. Das ist nicht schön. Das haben wir hier einen Schraubendreher und haben wir... Nein, nein, nein. Ich bleibe bei meinem Schraubendreher. Ah, da hat er noch seine Hand hingelegt. Hinterlassen nur Spuren, mein Freund. Hinterlassen nur Spuren. Ah, okay. Aber eine rauchige Halle. Mir sollten sie mich nicht wirklich sehen. Hier sollte ich keine große Gefahr haben. Da bin ich nämlich ziemlich schnell aus der Sicht weiter mal, wenn sie mich haben sollten. Da mache ich mir keine Sorgen. Allerdings, wie komme ich da rüber? Ah, geht wohl nur hier. Okay. Und... Kommt schauen. Ich will dir das in den Kopf da haben, mein Mann. Ah, da könnt ihr doch einfach an dir vorbei. Das war verdammt nochmal dumm. Oh, schaut mal, wie viele da sind, Leute. Nein, da lege ich mich ungern damit an. Das sind Haufen. Extrem viele. Daher will ich mich nicht anlegen damit. Ich weiß, was gesund ist und das ist nicht gesund. Das sind mir zu viele. Aber diese zwei könnte ich doch locker töten. Ich warte mal hier ganz kurz ein bisschen ab. Bis die reinkommen. Na, die zauen sich nicht so ganz. Kommt schon. Es tut euch keiner was. Es tut euch doch keiner was. Kommt rein. Habt ihr Angst? Habt ihr Angst von dem, was euch erwartet? Hm, die wollen nicht so ganz. Die wollen also nicht so ganz. Gut, dann warte ich halt ein bisschen. Hm, jetzt kommt er, der schaut weg. Und ich will das in den Kopf schießen, Mann. Ja, weil. Ja, der Typ hat was gesehen. Wurde ich mich hier, wenn er vorbeigeht. Komm schon. Komm. Schau nach, was deine Kumpels ereilt hat. Na, jetzt kommt der nächste. Shit. Komm rein. Und du auch. Ich töte euch beide einfach. Es hat so gut angefangen. Alarm geschlagen. Da kann das doch eigentlich gar nicht merken, der Typ da, der mit dem Rücken zu uns gestanden ist. Im anderen Raum, dass ich den getötet habe. Das ist eigentlich keine Chance. Aber gut. Dann machen wir es halt eben nochmal. Diesmal warte ich ein bisschen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter hineingehen, damit der ein Idiot da nichts mitbekommt. Sollte ihn dann. Hoffe ich mal. Ja, da ist schon ein bisschen weiter drin. Na, alles klar. Dann kann ich mir eigentlich jetzt diesen da holen. Ja. Und... Yes. Er hat es nicht mitbekommen. Und dich erschießen wir. Hm. War noch warten, dass ich nicht vorbeischieße. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich will nicht schießen und vorbeischießen. Egal. Machen wir das mit dem Schrauben. So. Komm schon. Komm schon. Willst du nicht vom Zekt? Ja, ja, ja. Wie er seine Waffen verletzt vor lauter Schreck. Und weg ist er. So, wenn ich mich aber jetzt hier anziehe, so ein Typ, ja, sollte mich keiner sehen können. Mit der Maske. Ja, mit der Maske sollte mich kein Mensch sehen. Sollte jetzt einfach hier wunderschön rauslaufen können. Nee, das gibt's nicht, oder? Greifen nach den Sternen. Wie kann denn diese scheiß Verkleidigung verdächtig sein, wenn die mich so sowieso nicht sehen? Was soll der Scheiß? Ich hab den neuesten Patch drauf, der das eigentlich beheben sollte. Und er behebt einen Scheiß. Einen Scheiß behebt er. Das ist ein Witz. Das ist ein fucking Witz. Das geht mir so auf den Sack. Oh, man sieht ja mein Gesicht. Naja. Trotzdem. Ich hatte voll eine coole Verkleidung und ich erkenne mich sofort. Ich meine, was ist da los, bitte? Was ist da los? Sieht sehr aus wie der andere. Was soll der Scheiß? Die sind doch noch gepanzert. Gepanzerte Schweine. Oh, es geht mir so auf den Sack, dieses Spiel. Nee, manche Sachen sind wirklich beschissen. Die haben gesagt, die patchen das, dass man nicht so schnell gesehen wird. Haben die das gepatcht? Die haben einen Scheiß-Trick gepatcht. Hallo. Ich hab mich verkleidet als diese Arschlöcher. Und die merken das dennoch. Mann, 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 Mann. Das geht mir so auf den Sack. Das ist wirklich die größte Schwäche hier. Nicht mehr, dass man manche Missionen einfach nicht lautlos schaffen kann. Weil einfach das Spiel es verbietet. Ja, das Spiel verbietet es. Vielleicht geht es auf der leichtesten Stufe, vielleicht. Ja, auf der leichtesten Stufe, vielleicht geht es. Aber es sollte auch auf der höchsten Stufe gehen. Weil es ist eigentlich Logik. Es ist nur Logik. Und die fehlt. Dennoch ein geiles Game. Aber ab und zu legt das halt eine schon auf. So, dann geh ich hier mal nach hinten. Und baller euch einfach in die Fresse. Ihr wollt doch nicht anders. Man kann hier nicht sterben. Keine Chance. Aber ich habe nichts dagegen, wenn ich ein bisschen ballern muss. Naja. Dann schieße ich mich halt durch. Kann mir nichts machen. Komm raus, du Arsch. Komm schon. Ich verkleide mich dennoch als so einer. Weil das sieht cool aus. Ja, sogar das wissen sie. Die wissen, dass ich mich verkleidet habe. Ja. Schieß doch auf eure eigenen Leute, ihr Wichser. Wenn ihr mich sehen solltet. Das ist ja so ein Witz. Die können mich nämlich gar nicht sehen. Und wissen, wer das ist. Das ist abnormal. Könnte einer von denen sein. Woher wissen sie, dass ich es bin. Ich könnte hier auch einfach hoch. Nein, doch nicht. Ja, er kann mich treffen. Mich kann ich nicht treffen. Ja, super. Also, jetzt bist du am Arsch. Dein Kopf sieht man ein bisschen. Du vollidiot. Nicht, ob man in Deckung gehen könnte. Ja, aber ihr habt super Augen. Habt ihr, ja? Jeden Scheiß sieht ihr. Na, das Spiel zwingt mich dazu, schießen zu müssen. Ab und zu halt. So. Und dann da hinein wieder. Alles klar. Wo ist denn dieser Typ? Kann nicht weit sein. Er ist dahinter. Scheiße. Das hat jetzt voll 4000 Punkte gekostet. Na, mir egal. Den Ausgang habe ich mir nicht mehr hingefunden. Das ist ja schon mal was Nettes. Will ich jetzt? Wunderbar. Wir treiben das Ziel raus. Habt ihr keine Chance? Und down. Irgendwelche Menschen schreiben? Äh, schreiben. Schreien. Was ist da los? What the fuck ist da los? Die schießen da am Markt, oder was? Das ist aber nicht nett. Agentur umgehen und Skulky jagen. Ah, ich möchte ein Snipergewehr. Wo habe ich denn kein Snipergewehr? Könnte den da oben so schon töten. Ich will ein fucking Snipergewehr. Muss doch hier irgendwo eins rumliegen, oder? Oh, yeah. Es gibt einen schönen Sniper. Wunderschön. Und mein erstes Ziel ist der da oben. Und... Und... Yes. Oh, sind die halt ein bisschen misstrauisch? Mir war voll egal. So, nachladen schnell. Es ist wieder sicher. Alter, ich werde jetzt noch einen erwischen. Und zwar, du bist der Nächste. Ja, seid nur misstrauisch. Solange ich mich nicht entdeckt, ist mir das egal. So, dann ist der Nächste. Ein bisschen ein weiter entferntes Ziel. Und zwar der hier. Und auch ein Headshot. Wunderschön. Gut, dann... Ich weiß gar nicht, ob die Kugeln ausreichen für alle. Aber wir werden es mal versuchen. Wunderschön. Bisschen nach oben noch. Bisschen nach oben, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben, und... Wunderschön. Hier links habe ich noch einen gesichtet. Der ist der Nächste. Ah, vielleicht kann ich zwei auf einmal töten. Warte. Vielleicht geht die Kugel noch schön durch den Kopf. Jawohl. Aber, naja. Der hat jetzt überlebt. Und deswegen... Sind die jetzt alarmiert. Das war vielleicht keine so gute Idee. Ah, verweil ich schon. So kann man nicht snipern. So kann man nicht snipern, Leute. Nicht zielt, wo das war. Er leckt mich doch am Arsch, hey. Kontrollpunkt neu starten, da. Lass mich doch hier nicht lumpen. Das muss doch hinhaben. Ich bin am Kontrollpunkt. Positioniere mich bei 45 Grad mit West. Hier in die Position. Wir treiben das Ziel raus. Over. Und down. Oh, das ist das Volksfest von Hope. Naja. Aber der ist doch schon tot. Ich wollte irgendwie drosseln oder so. Was sind wir denn da? Und jetzt werde ich mir eine bessere Deckung holen. Und zwar da drüben, wo ich davor war. Das war eine deutlich bessere Deckung, ehrlich gesagt. Schauen wir hier mit Zingelstein. Nee, ich brauch das nicht. So. Wir versuchen hier so viel wie möglich wegzuballern hier am Anfang, ohne dass es irgendjemand entdeckt. Ohne, dass irgendjemand weiß davon. Das erste Mal wieder den da reinaktiv und da nicht. Warte mal, da will doch doch jemand da hinein in dieses Gebäude, oder? Nee. Schauen wir nochmal ganz kurz unten um. Gibt es da irgendwas? Nee, da gibt es gar nichts. Na gut, vielleicht unter mir hätte es vielleicht irgendwas gegeben, aber scheiß drauf. So, den ersten haben wir. Leider mit zwei Schüsse. Nee. Oh, da kommt einer hoch. Da kommt einer hoch. Naja, komm halt. Du wirst nur sterben. Ja, so ist es schön, wenn ihr zu mir kommt. Guckt mal, der hat hier eine Maske, die man sich über das ganze Gesicht ziehen kann. Ja? Jetzt verkleide ich mich mal als der. Und was macht Hitman? Er lasst sein Gesicht frei. Macht das Sinn? Ist das logisch? Nein. Und deswegen entdeckt man ihn auch. Ja? Wieder vor. Wirklich Sinn macht das allerdings nicht. Wieso macht er sich nicht dieses Scheißding da dann doch drüber? Hm. Verstehe ich nicht. Und du bist der Nächste. Fuck. Haben die das gesehen? Oh, man schaut mal. Schade ich bei den fetten Kübisern. Ah, okay. Hier ist schon wieder vorbei. Wunderschön. Wunderschön. Und eine fette Paprika. Holy shit. Gut, meine Ziele werden die sein, was ein bisschen weiter weg sind von hier. Da drüben sehe ich ein. Du bist der Nächste. Und reinsummen. Ne, du bist der Nächste. Und ein bisschen nach oben noch. Und bam. Gucken zwar immer wieder, aber die checken es nicht wirklich. Und schön nachladen. Wenn die jetzt hier hineinkommen sollten. Ja, kommt hinein. Oh, da kommt noch einer hinein. Scheiße. Ja, ja, kommt schon. Hier drüben. Vereint euch. Was zur Hölle. Ich brauche die Unterstützung. Kommt schon. Kommt alle hinein. Ich werde euch alle töten. Gott. Der wird dir nicht helfen. Na los. Wir dürfen den Kärl nicht verlieren. Ich habe mich gar nicht gefunden. Aber egal. Mag jemand hinaufkommen? Ja. Dann mag jemand hinaufkommen. Kommt schon. Komm her. Komm her. Hier sind ganz viele Leichen. Möchte ich zu dich dazugehen? Scheiße. Da sind zwei. Da darf keinen Arm schlagen. Na wohl. So. Zivir haben wir auch noch. Wunderschön. Und dann kann ich weiter snipen. Allerdings snipe ich im nächsten Part wieder weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.